Jetzt mal Frage, was für ein Bild haben Sie eigentlich von Gott? Ja, ich weiß es ganz genau hier, nicht? So ein alter Mann, nicht wahr? Mit so einem geißen Vater oder so, nicht? Wie dieser Ratschau-Widegger oder so. Ja, oder Vater Abraham, so, gell? Ja, nee, ist aber falsch. Doch sehen Sie selbst. Hallöchen, hier sind die Inge und die Renate. Und wir sind Gott. Das klingt erst einmal ein bisschen komisch. Es ist aber so. Ja, Hallöchen, da sind wir wieder, die Inge und die Renate. Ihr Gott und Schöpfer, Allmächster und alles zusammen, nicht wahr? So. Ja, ist richtig, Inge, gell? Aber viele haben ja immer noch ein ganz falsches Bild von Gott im Kopf. Und das hält sich hartnäckig, muss man sagen, gell? Aber dieses Image stammt aus einer Zeit, da konnten wir nicht so, wie wir wollten, gell? Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, zwei Frauen als Gott, das wäre doch früher nicht gegangen. Nee, deshalb musst du ja auch mal eine Alternative her, nicht wahr? Also jemand, der auf Abbildung mal einen kompetenten Eindruck macht. Ja, vertrauenserweckend, älterer Herr, bisschen gemütlich, so. Es kommt natürlich erschwerend hinzu, dass die Inge auf Bildern sowieso nicht besonders vorteilhaft rüberkommt. Was soll denn das heißen? Ach, na ja, Inge. Also da wüsste ich aber was von. Inge, du weißt es doch genau, dass du auf Bildern im Haus siehst wie in eine Wurstbälle reingequetscht. Das ist doch eine Unverschämtheit, du. Also ist aber so. Ach. Also stell dir dich doch mal vor auf einem Kirschenfresko. Also der Michelangelo, der wäre ja direkt erblind. Was sieht denn hier aus wie eine Wuchtbrumme, frage ich dich du. Was ist los? Mein liebes Volleinchen, du kannst froh sein, dass du Gott bist. Jedenfalls haben wir damals lange drüber nachgedacht, wer es mal machen könnte. Und da ist dir ja nur der Günther eingefallen, nicht? Der Günther ist da. Ja, der Günther muss man sagen, das ist mein Vater. Er passt halt optisch genau ins Profil und kommt einfach glaubwürdig rüber. Gut, er war jetzt auch damals schon etwas senil. Etwas senil? Also ich frage dich, Renate. Etwas senil? Günther, Günther, bist du soweit? Ich such mal ein Brille. Sag mal, hast du mal ein Brille gesehen? Oh, ich hab dir gesagt, lernt den Text. Die paar Zeilen. Das ist so eine Schnapsidee, du. Also hab ich sonst nichts zu tun, ne? Ich brauch doch die Brille, ich seh doch nichts. Na Gott, mit Brille ist doch auch nicht besser. Hallo. Hier spricht der Herrscher über Himmel und Erde. Schöpfe für dich. Also sprach der Herr, geht hin, seid furchtbar und mehret euch. Fruchtbar und so, Schluss jetzt. Ich fand's eigentlich gut oder so ist es normal, aber ich mein, viel besser kriegt man's ein Schnettchen auch. Was war denn das jetzt? Ich tippe mal auf Gott. Ach, das ist ja peinlich jetzt. Sag mal. Ach so. Sag mal, Moses. Also schreibt jahrelang an diesem Buch über Gott. Ja, jetzt hätte ich den fast nicht. Das wär ja ein Klopper gewesen, das darfst du aber keinem erzählen, du. Naja, für mein Buch ist das natürlich ein Glücksfall, ne? So gesehen. Aber dadurch spielst du in einer ganz anderen Liga, Moses. Meinst du? Ich denk, das wirst du direkt an den Verkaufszahlen merken, bin ich mir ganz sicher. Ja, ja, ja. Du, äh, ich mach da am besten gleich mehrere Teile. Jetzt Richtung Sequels mal gedacht, ne? Ich darf nicht denn das Buch Moses. Also Moses 1, 2, 3 und so weiter. Vielleicht können auch andere mal was schreiben. Am Ende macht man ein Sammelband. Also so eine Bibel oder Bibel oder so. Gut, jetzt kann man sagen, bis hierhin lief's ja noch einigermaßen, gell? Wäre der Günther dann auf seinem Zimmer geblieben, da hätten wir uns vielleicht noch... Hätte, hätte, hätte. Sag mal, geht der heimisch runter auf die Erde zum Rauchen? Also hier, dem ist doch der Dachstuhl komplett abgebrannt, sag mal. Oh, bitte, jetzt. Nun denn, sprach der Herr. Nee, nun also denn, sprach der Herr. Hallo? Hallo? Gott. Jetzt aber hier, sorry, nochmal wegen Neu. Da hab ich ja dermaßen auf dem Schlauch gestanden. Aber jetzt hier als brennender Busch, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, ist eine schöne Idee, muss ich wirklich sagen, ne? Aber da wollte ich eh nochmal mit dir drüber sprechen. Ich schreib doch an diesem Buch gerade. Ist ja ein Stück weit auch dein Buch, ne? Von der Story her ist es momentan noch etwas dünn. Folgendes war jetzt mein Gedanke. Das Volk Israel. Die sind ja momentan alle in Ägypten in der Sklaverei. Jetzt ist es an sich schon blöd, ne? Es ist ja an sich schon blöd, ja? Nur wenn ich da jetzt hingehe und sage, Sklaverei Ende Abfahrer und Tschüss Ultimatum und dann sind wir weg, ne? Und zwar, und jetzt kommt's, ja? Quer durchs rote Meer. Ha, ha, was du nicht meinst? Äh, so geteilt mit dem Weg durch. Also wenn ich mir das allein vorstelle, du läufst da durch, dann gucken die Fische so. Ne? Äh. Wenn sie nicht unverzüglich das Volk Israel aus der Gefangenschaft befreien, drohen wir ihnen mit diversen Plagen und Seuchen. Ihr Moses, the voice of God. Ha, ha, das fehlte noch. Nee, 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 Freundchen, komm. Die sollen schön machen, äh, was sie immer machen da. Die, die, äh, Israeliten. Ne? Was machen die? Ja, Sklavenarbeiten meistens. Ja, ist doch gut. Ja, ist doch gut. Bin ja auch nicht so ein Freund von Experimenten, ne? Wenn die dann irgendwann mal so richtig, äh, na, dann können wir irgendwann mal über Sonderzuwendungen nachdenken. Hm? Was machen wir da nochmal? Oh, Peitschenhebel meistens. Ist doch gut. Hm? Ist doch gut. Sag mal, Günther, hast du vielleicht nochmal mit dem Moses gesprochen? Kann das sein? Sag mal, hier ist aber die Kacke am Dampfen, du. Hast du dem Pharao vielleicht Plagen androhen lassen, wenn der die Israelis nicht ziehen lässt? Hm? Ja, mal eine Geschefrau, habt ihr erst mal meine Brille gesehen, du? Oh, du hast sie auf der Nase, Günther. Also, so, ja, ja, siehst du mal, kannst du mal sehen, du, ha? Wie kommst du bitte dazu, dem diese Plagen anzudrahen? Oh, Gott, äh, der Moses, der hat mich dermaßen vollgequatscht, da hab ich da Eier, da, gut, da mach's halt und ich hab ein Ruh, gell? Der kommt ins Heim. Ich muss nochmal welche, der Brille, die muss man auch mal putzen, du. Ich mein, als ich jetzt so ein Schreier vom Gesicht, der ist, passt doch hin. Also, so zehn Katastrophen hätt ich noch ein Angebot. Also, hier, äh, Fäusche könnt ihr mal machen, oder Heuschrecken, nicht wahr, oder, gut, die Pest, aber ist alles unbeschuld. Komm, jetzt lass mich nochmal ans Mikrofon, das krieg ich mich schon. Nein, Günther, du sagst jetzt überhaupt gar nichts mehr. Also, ich bin doch Gott. Nein, Günther, du bist nicht Gott. Was? Das war doch jetzt nur optisch. Als du Gott warst, das ist ja, da hattet ihr ja noch die Scheibe. Was ist? Ja, und als Bevölkerung, so Mikroben ohne Sinn und Verstand, nicht so ne klipperige Masse ohne Hirn. Und heute haben wir den Menschen, das ist doch was völlig an... Obwohl... Na doch, das ist schon was anderes, Günther. Na aber, Renate, welche Plache machen wir denn jetzt? Komm, jetzt lass mich nochmal da und das Ding noch dran... Noch ein Wort und du kommst ins Heim. So. Und dann. Günther, es war ja nicht so gemeint. Günther. Günther, wir lassen alles so. Und du behältst auch deinen polnischen Pflegeengel, gell, Günther? Zehn Plagen haben wir gemacht. Zehn! Wurde uns alles komplett ignoriert und am Ende mussten wir tatsächlich das Rote Meer teilen, gell, als Fluchtweg. Das war ja alles von diesem Günther zugesagt. Also hier. Ich sag noch zu ihm, Günther, hast du eigentlich eine Vorstellung davon, was das für ein Aufwand ist, so eine Meeresteilung? Mit den ganzen Fischen, weißt du, wie lange wir da ansitzen? Es kam aber gut an. Das muss man auch mal sagen, Renate. Ach. Ach, das ist aber schön gemacht mit dem geteilten Meer. Ja, da kann man jetzt wirklich nichts sagen. Hätten Sie vielleicht Interesse, da könnten Sie jetzt alles nochmal nachlesen. Das ist das Making-of hier praktisch. Also das Buch zum Wunder, könnte man sagen. Also die Brenneisen, die hätte ich jetzt da. Neue Sklaven, die werden wir ja wohl noch finden. Also, bei den meisten kam es jedenfalls gut an. Nichts, muss man mal sagen. Aber den Günther konnten wir jedenfalls nicht mehr vor die Kamera lassen. Und um dann nicht in weitere Schwulitäten zu geraten, haben wir dann eben gesagt, du sollst dir kein Bildnis machen. Nicht überhaupt keins. Gar keins. Schlussende. Aus. Nur dieses Bild von dem Günther, das hatte sich ja schon dermaßen eingebrannt ins kollektive Bewusstsein. Das kriegst du da ja nicht mehr raus, wenn das eine... Ja, obwohl ich ja immer noch denke, dass ich auf einem Kirchenfresko sehr gut ausgesehen hätte. Nicht wahr? Ach! Inge, war der Presswurstfigur? Du Inge, ob du es glaubst oder nicht, man muss einfach nur hier klicken und dann hat man den kompletten Kanal abonniert. Nee. Doch? Ach, sag mal, geht das genau selbst auch mit der Glocke? Ja, klar. Doch? Ach. Außerdem kannst du kommentieren, liken, das geht alles. Nee. Doch? Oh. Also kannst du kommentieren, liken, das geht alles.